Und weiter geht es im Reich der Pflanzen. Ich mache mal eben den Venti aus. So, meine Lieben, es wird wohl voraussichtlich heute, wie im Titel schon beschrieben, um Monsteras gehen. Wir werden als allererstes mal nachschauen, wie die Pflanze im Marmorkies sich entwickelt hat. Ich hatte ja gestern nicht quackt mit Soße. Vorgestern. Wie auch immer, schon gezeigt, sie macht ein neues Blatt. Und in dem Zuge möchte ich dann auch mal ausprobieren, inwieweit die Empfindlichkeit tatsächlich gegeben ist, wenn wir sie umtopfen. Das werden wir nämlich heute machen. Wir werden mal checken, was Sache ist insgesamt bei der Pflanze. Hier, wie gesagt, der Marmorkies. Ich habe uns schon mal Wasser rausgeholt. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, was ist? 7,75. Tolle Sache. Richtig. Krass cool. Ja, ist so. Aber in der Pflanze geht es gut. Gut, und jetzt müssen wir erst mal gucken, wie die Wurzeln dann aussehen in dem Zusammenhang. So, Mikrosiemens ist knapp 200. Ja, ich habe letzte Mal, wie gesagt, mit Osmosewasser gegossen. Ja, dürfte mal wieder Dünger vertragen. Das heißt, im Klartext, den holen wir gleich raus. Und in dem Zuge holen wir auch unsere Albo raus hier. Eine Geschichte kennen wir schon. Sie bekommt nämlich gerade ein neues Blatt. Tada, ja. Das war so dieses Voranzeichen. Ich bringe ein neues Blatt und klaue dir ein. Das macht die so gerne. Deswegen kommt die heute da raus. Und voraussichtlich, wenn das hier gut aussieht, kommt die auch in den Marmorkies. Voraussichtlich aber mit der Efeutute Manjula hier. Die macht sich prächtig. Auch schöne große Blätter macht die. Wirklich wunderbar hier in der Wasserkultur. Also das funktioniert einwandfrei. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal durch. Und damit hallo und herzlich willkommen im Bereich der Pflanzen. So, dann holen wir den mal raus aus unserem Lechuzerwürfel. Wir hatten ja letztens schon mal Wurzeln zurückgenommen. Das machen wir Zeit zu Zeit. Hier ist ein Versuch mit dem Gittertöpfchen. Ist eigentlich, ich sag es mal so, Blödsinn gewesen, kann man fast sagen. Aber okay, wir haben es gemacht. So, und jetzt holen wir das Schätzchen einfach mal raus hier. So, gucken wir, ob es jetzt dann auch so einfach geht, wie ich mir das vorstelle. Mal riechen. Ja, riecht normal. Da ist also nichts. Gut, wobei, müsste eigentlich jetzt so gehen. Denn wie gesagt, wir haben die Wurzeln ja immer abgemacht. Genau, der Docht ist das, was jetzt festhängt noch. Der Docht, der hängt jetzt noch fest. Das sieht so optisch gut aus, muss ich sagen. Ja, das ist okay. Gut, die eine oder andere Wurzel geht jetzt mit. Das ist dann halt so. Ist aber nicht so tragisch. Ja, und so zimperlich sind wir dann nicht mehr mittlerweile. So, wunderbar. Das hat schon mal funktioniert. Dann spüle ich die mal eben so ein bisschen sauber. Dann habe ich den Drucksprüchen. Dann haben wir hier. Ja, also die Wurzeln sehen relativ gut aus, muss ich sagen. Ja, was heißt relativ? Dafür, dass sie jetzt im Kies gewachsen sind, würde ich sogar sagen, die sehen gut aus. Und vor allen Dingen, weil wir ja auch immer wieder die Wurzeln abgeknipst haben, die aus dem Gittertöpfchen rausgewachsen sind. Also von daher sieht das okay aus. Ja, haben wir halt eine leicht dunkle Farbe durch den Marmor. Okay, ich hole mal ein bisschen näher dran. Detlef, bitte nichts umschmeißen dieses Mal. Das kann ich so gut im Moment. Ich will es auch nicht. Ich kriege manchmal meine Füße nicht hochgehoben. Ja, nö, das sieht gut aus. Das ist okay. Schöne, viele Wurzeln. Wie gesagt, am Rand des Gittertöpfchens haben wir die immer mal wieder abgeknipst, dass die nicht zu groß werden beim Herauswachsen in dem Sinne. Oder das, was herauswächst. Und das hat gut funktioniert. Ja, siehst du mal. Wunderbar. So. Jetzt muss ich überlegen, wie wir weiter vorgehen. Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, weil es kommt ja alles immer recht spontan. Jetzt brauche ich die Schachtel wieder. So, lege ich dann erstmal da drauf. Und jetzt mache ich mir Gedanken. Ja, genau. Was wir damit machen. So, Pflanze ist da. Substrat ist hier. Wasser ist dort. So, meine Lieben, es geht weiter. Ich habe jetzt hier eine gute Handvoll Zeolit. Die packe ich hier unten rein. Einfach nur, damit wir auch Silikat hier mit drin haben. Dann nehmen wir jetzt unsere Pflanze, die wir vorhin rausgeholt haben. Die Monstera. Ja, Varigata. Wie auch immer weiß Bescheid. So, wir haben jetzt Marmorkies hier. Den habe ich gewaschen. Einmal heiß gewaschen. Richtig kräftig. Und dann nochmal kalt. Ja, damit das, ne? Heiß, Wurzel, nicht gut, ne? So, wir lassen das jetzt langsam reinlaufen hier. Wie wir die Pflanzen versorgen, müssen wir gucken. Das ist jetzt wieder so ein kleiner Lernprozess im Prinzip, ne? Und von daher machen wir das nach Bedarf dann erstmal und lernen aus der Geschichte. Auf jeden Fall hat es soweit ganz gut funktioniert mit dem Marmor. Und von daher, ja, guck mal die Dinge, die dann passieren, ne? Ist immer die einfachste Variante. Jetzt soll man sich tausend Gedanken machen. Einfach mal ausprobieren. Ist dann doch wesentlich einfacher. Sinn und Zweck des Ganzen ist hier in erster Linie, dass uns die Härte, also der pH-Wert nicht abballert, ne? Und bis dato, wie gesagt, ist die Pflanze damit ja gut zurechtgekommen, ne? Also von daher. So, das dauert mir jetzt aber zu lange hier. Ist so, ne? So. Das sollte aber schon ausreichen. Genau. Wurzeln sind bedeckt. Den Rest können wir später nachfüllen. Wenn dann, ja, ich sag's mal so, die Pflanze ein bisschen größer ist, ne? Die Wurzeln sind bedeckt und dann ist das soweit okay. So, spüren brauche ich jetzt hier nicht mehr. Denn, wie gesagt, ich habe es ja gut gewaschen. Und soweit ist das schon mal ready. Und als nächstes würde ich sagen, holen wir uns jetzt die andere mal raus und gucken uns das Wurzelgeschehen an. Ja, und ich überlege mal, ob wir das dann genauso in Hand haben. Wäre ja eigentlich, ja, um zu lernen, das Beste, ne? Sehe ich das richtig so? Ja, ne? Okay, dann machen wir das auch mal eben, würde ich sagen. Und holen uns die nächste Pflanze ran, die wir dann, ja, in Marmorpflanzen. Und mal gucken, wie die Pflanze damit zurechtkommt, jetzt gerade eben, weil sie sich im Wachstum befindet, ne? Genau, ist so. So, dann nehmen wir das Schätzchen mit hier und gucken nochmal rein. Wir kommen gleich auch nochmal zu der Efeutut. Ich habe schon mal nachgemessen, per Arbeit ist 8. Mikro 7 hat es knapp 600. Das ist die Variante im Leitungswasser, ne? Und wir wissen ja, per 8,5 haben wir am abgestandenen Leitungswasser. So, aber jetzt geht es erstmal um die Monstera. Ich bin gespannt, wie die Wurzeln aussehen. So. Oh, das sieht aber gut aus. Ja, das ist mal wieder so mit diesem Weißanteiligen, ne? Das ist echt immer so ein Überraschungspaket. Also, es sieht wirklich gut aus, aber wie gesagt, ne? Ja, mit dem pH-Wert, das ist so eine Sache. Das mögen die gar nicht, wenn der abschmiert. Mit dem Riechen. Joa. Riecht, wie soll man das sagen? Es riecht nach... Ich kann das schlecht beschreiben. Also, es riecht nicht gammelig oder so. Es riecht aber irgendwie nach... Wie soll man das sagen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, jetzt machen wir das Ding auch noch dreckig hier. Und hier ein bisschen abspülen, so. Ein bisschen mehr Druck. Und dann spüren wir die Geschichte mal sauber hier. Könnte jetzt einen Moment länger dauern. Deswegen... ...mache ich das jetzt nicht alleine. Weil es geht doch relativ schnell. So, mal oben drin ein bisschen stärker. So, das sollte soweit auch schon reichen. Ne, die Wurzeln sehen richtig gut aus. Schön weiß. Ich weiß nicht, ob man das so schnell erkennen kann. Ne, die sehen also wirklich klasse aus. Wir spülen jetzt auch nur das ab, was abgeht. Ne, wir fummeln da nichts ab oder so. Wir rütteln da Ganze. Wenn ein bisschen was hängen bleibt, ist nicht schlimm. Was geht, geht, was nicht geht, geht eben nicht. Das ist ja so. Wir reißen aber nichts ab hier. Ja, also... Okay. Wurzeln sehen sehr gut aus. Ne, das ist halt immer mit diesem pH-Wert bei diesen Weißanteiligen. Ich könnte es doch mal eben ins Bild halten hier, dass wir das nochmal sehen können. Also, das sieht klasse aus. Jetzt habe ich den anderen nass geplüttert. Ich stand da unten drunter. Ja, okay. Jetzt überlegen wir mal. Ne, wir überlegen nicht. Wir machen das genauso wie vorhin. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt den Topf finde. Das meinte ich. Okay. Das ist so, wenn man tausend Möglichkeiten hat. Pass mal auf. Als allererstes nehmen wir mal die Evoitute hier. Sieht also wirklich klasse aus. Auch die Wurzeln sehen sehr gut aus, muss ich sagen. Richtig klasse. Und das, obwohl sie im Leitungswasser steht. Tja, so kann das gehen. pH-Wert wie gesagt 8,5. Also die Wurzeln sehen wirklich gut aus. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Also wirklich klasse. So, bevor ich das jetzt einfach mal... Nehmen wir erstmal die andere Pflanze. Ähm, ich kann sagen, dass Marmorkies nicht ganz ausreicht. Von daher... Achso, jetzt habe ich das vergessen. Das siehst du wohl, ne? Jetzt sind wir doch wieder zu flott. Moment. Genau. Einmal kurz, einmal knapp. Zap, zap, zap. Einmal ein bisschen Zeolit. So, eine Handvoll. Blub, blub, blub. So, okay. Und schon kann es weitergehen. Eine Handvoll Zeolit. Kommt da unten mit rein. So, da lehm. Dann packen wir schon mal ein bisschen da unten rein. Dass es ein bisschen flotter geht. So, jetzt nehmen wir unsere Pflanze. Ja, ist schon erstaunlich, ne? Dass sie so gute Wurzeln hat und oben hat Probleme, ne? So, jetzt habe ich zu viel auf einmal reingefüllt. Ach, das ist ja mal wieder. Kennen wir schon, ne? So, da lehm. Vorsichtig ein bisschen drehen. So, okay. Das Einzige, was wir noch nicht so wissen, aber ich sag, wo hat es ja funktioniert, in der Selbstbewässerung doch zumindest, ne? Inwieweit wird das Wasser transportiert, ne? Aber ich gehe davon aus, dass auch an der Oberfläche von diesen Steinen hier Wasser gesogen, transportiert wird. Da gehe ich davon aus. Wenn nicht, werden wir es erleben. Ist so, ne? Wenn, halt, 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 da sollte doch noch was rein. Das habe ich schon wieder vergessen, siehst du wohl, ne? Hat das einfach wieder vergessen. So, wir gucken jetzt eine Wurzel. Die ist schon ein bisschen älter, die ist schon ein bisschen bräunlich. Nehmen wir einfach pauschal mal ab. Na super, römisch. Ich sag halt dir doch. So. Die hat jetzt auch hier oben sehr schöne neue Wurzeln ausgebildet, ne? Ich denke, man kann es erkennen. So, dann legen wir die einfach hier im Kreise einmal rein. Die ist jetzt mehr oder weniger zur Unterstützung und aber auch zur Erkennung, sag ich mal. Für den Fall, ja, dass sie jetzt dann später nochmal braunen Anteil entwickelt oder wie auch immer. Und ob das dann bei der E4Tut genau so ist, weil die auch einen hohen Weißanteil hatten. Weil der kann das auch passieren übrigens, ne? Da genau das selber. Wenn die zu niedrigen pH-Wert hat, dann hat die genau das gleiche Problem. Ist so. So. Dann legen wir den Strang auch ein bisschen hier mit rein. Ne? Warte mal. Weil die macht dann ja nochmal extra Wurzeln. Einmal so rum hier. So. Dann legen wir den Strang komplett hier rein. Genau. Perfect. Wunderbar. So. Das reicht auch gerade so eben. Wie gesagt, nachfüllen können wir. Die Wurzeln sind alle verborgen. Im Schatz. In der Schatzkiste. So. Okay. Perfekt. Jetzt kann der Rest da auch noch rein. Dann nehmen wir alles, ne? So. Okay. Muss sowieso noch waschen. Und dann spüren wir das nicht durch, sondern wir gießen auch hier einfach jetzt die Variante. Hat die Funktion erzählt, was ich hier eigentlich reingegossen habe? Ähm. Genau. Ein Liter Osmosewasser und ein Milliliter von dem HPE-Dünger. Ne? Das haben wir jetzt hier drin. So. Ja, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir eh schon hohen pH-Bert haben. Deswegen gieße ich hier also nicht noch zusätzlich mit Leitungswasser. Und wie gesagt, wir müssen das jetzt beobachten. Ne? Wie entwickelt sich der pH-Bert? Wie entwickeln sich die Pflanzen mit dem ganzen System hier? Und ob wir dann noch Leitungswasser dazugeben müssen oder nicht, werden wir dann erfahren. Aber erstmal machen wir es nicht, ne? Würde ich sagen. Damit wir wissen später, ob wir es denn dann machen müssen. So. Meinte ich das eigentlich. Okay. Wir sind jetzt einen Tag später tatsächlich. Boah, ich habe gestern so ein bisschen gefilmt, weil ich hatte ja Zeit. Ähm. Weil das andere schon fertig war. So. Wir kommen jetzt zur nächsten Monstera. Und zwar eine Monstera Thai Constellation. Falls du dich daran erinnern kannst, das ist die aus der TC-Kultur. Ne? Aus der In-Vitro. Wir haben ein pH-Bert von, ja, sagen wir mal Pi mal Daumen, 7,3. Ähm. Hält sich sehr lange stabil, muss ich sagen. Ich habe hier irgendwas gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Das ist auch nicht so. Ja. Aber ich habe letztens auch einen Schluck Leitungswasser reingegeben. Kann auch da dran liegen. So. Mikro Siemens ist 240. 240. Das gibt zu denken, ne? Auf jeden Fall, ja. Das gibt zu denken. Also habe ich da irgendwas gemacht. Das habe ich anders gemacht als sonst. Wahrscheinlich haben wir hier auch mit dem Solomit-Kalk gearbeitet. Vor geraumer Zeit. Das habe ich separat wahrscheinlich gemacht. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, als ich das angegangen bin mit den anderen Monsteras hier. Dass ich das dann in dem Zuge nochmal nachträglich gemacht hatte, weil wir das nicht gemeinsam gemacht haben. Ja. Hm. Aber es wird Zeit, sie dann doch auch mal einzupflanzen mittlerweile. Muss ich sagen, sie ist wirklich wunderschön gewachsen. Überhaupt keine Probleme. Hat auch einen schönen Weißanteil, muss ich sagen. Also jetzt nicht so Unmaß an Weiß, ne? Sondern richtig schick weiß. Ich glaube, in dem Zuge könnten wir dann auch mal ein Kopfsteckling machen. Haben wir noch lange Zeit nicht gemacht, ne? Und oder aber lassen wir sie dann doch in der Wasserkultur und schneiden den Stecki. Und beworzeln den Stecki erstmal. Und entscheiden dann, wie wir später weiter vorgehen. Weil wenn wir ihn jetzt erst umpflanzen, dann Stecki schneiden, hat die Pflanze, also die Mutterpflanze, die abgeschnitten, natürlich Probleme, einzuwachsen ordentlich, ne? Deswegen sind das jetzt zwei Sachen. Auf einmal wäre, glaube ich, nicht so toll. Ja, siehst du wohl, ne? Manchmal erzählt man sich auch selber das, ja, was man dann macht. Tolle Sache. Ja, okay. Okay, also stelle ich das nochmal an die Seite und überlege nochmal, ob wir jetzt wirklich schon, äh, doch sollten wir machen, auf jeden Fall. Das haben wir schon mal gemacht, sehe ich gerade. Das wäre ja das zweite Mal schon dann. Ja, okay. Machen wir. Ich hole mal eben ein Messer und dann, äh, machen wir das. Aber wir gucken uns erstmal die anderen Klamotten von gestern an. So, schaut's aus. Bis jetzt gut, äh, nix passiert, alles in Ordnung soweit, stehen straff da. Man sieht, die Oberfläche ist trocken. Warte mal, könnten wir eigentlich mal kurz buddeln. Ja, oh, nicht nur die Oberfläche, sondern doch schon recht weit unten auch trocken. Ne? Da wird's langsam ein bisschen dunkel. Das heißt, also hier müssen wir auf jeden Fall reagieren. Das ist ganz wichtig, das auch mitzunehmen, damit man sieht, hier was passiert. Nicht vergessen, wir machen Experimente, ne? Also wir machen nicht das Nonplusultra, sondern wir machen etwas, wo wir daraus lernen. So, wie sieht's hier aus? Ähm, ja, das neue Blatt kommt, wächst. Und ich denke mal, hier wird das dann genauso aussehen. Das heißt, im Klartext, da werden wir jetzt dann auch definitiv reagieren. Warte mal, einmal gucken kurz. Ja, ich hab selber noch gar nicht geguckt heute Morgen, weil, ja, im Moment hab ich sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, informiere ich mich sehr viel bei den Garnelen. Ähm, das wird immer interessanter. Umso mehr man sich informiert, umso interessanter wird das. So, dann nehmen wir nämlich jetzt einfach reines Wasser hier, ne? Reines Wasser und sprühen da einfach drüber. Das ist die Oberfläche. Na, hier wird's ein bisschen filmtechnisch nicht so einfach, damit die Wurzeln, also Wasser bekommen, ne? Die an der Oberfläche sind nicht, dass die uns hier austrocknen, weil das wäre nicht so toll. Also, da sollten wir auf jeden Fall drauf achten. Ja, da müssen wir eigentlich auch noch gucken. Bei der Subpinata, hier bei der Monstera. Ja, siehst du schon, das ist schon sehr vielfältig hier. Äh, eben mal gucken. Ja, das ist auch relativ trocken, muss ich sagen. Und auch sehr weit trocken. Ähm, Klartext. Hier wird das Wasser also auch nicht bis oben gesogen. Ne? Ähm, in dem Zuge müsste man sie eigentlich mal rausholen und kontrollieren, wie das aussieht. Aber interessant auf jeden Fall. Ähm, ob wir das so belassen können oder nicht, wissen wir nicht, ne? Wir lassen das erstmal einfach so und gucken, die Dinge, die passieren. Passiert tut soweit nichts. Äh, die Pflanze sieht gut aus. Schöne Blätter, kräftige Blätter. Außer, dass sie halt jetzt momentan Runner macht, ne? Äh, aber die Geschichte kennen wir ja schon. Ist nicht so schlimm. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man einfach etwas beobachtet. Ich glaube, wir können auch ein Stecki von schneiden. Und, ja, mal gucken. Auf jeden Fall, sie sieht klasse aus. Definitiv, ne? Also, ja, ist so, ne? Es ist ja nun genug, ist aber Wasser da, ne? Ist also im Untersetzer was drin. Und die Oberfläche ist nicht nur trocken, sondern doch etwas tiefer auch. Wie gesagt, man müsste eigentlich mal gucken. Aber jetzt noch nicht. Weil, ich sag's mal so, wie es ist, die Projekte laufen noch nicht ganz so lange, ne? Und man sollte nicht zu oft, zu viel schnell verändern oder zu viel, ich sag's mal so, wie es rumbuddeln, ne? Das lassen wir erst einmal so. Wir wissen, dass das so ist, dass die oberste Schicht gut austrocknet. Was natürlich auch ein guter Vorteil ist, ganz klarer Fall. Es kommt viel Luft auch bis weit unten in den Topf rein, ne? Das ist natürlich das Allerbeste. Und wenn die Wurzeln damit zurechtkommen, dann ist es ja okay, ne? Wir wissen ja auch schon, Wurzeln, die, sag ich mal, an der Luft sind, ne? Die brauchen ja kein Wasser. Ja, ist so, ne? Die gewöhnen sich da dran, die härten dem Sinne aus. Das sieht man ja auch hier bei den Monsteras, ne? Die dicken Luftwurzeln, also da ist das nicht das große Problem. Hier ist nämlich genau dasselbe, ne? Die Wurzeln, die oben an der Luft sind, denen macht das gar nichts. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das Einzige, was schlimm ist, wenn Saugwurzeln entstehen und die dann an die trockene Luft kommen, die mögen das natürlich nicht. Das ist klar, ne? Das ist eigentlich auch selbstredend. Ja, genau. Dann haben wir das auch schon mal mitgenommen. Und dann würde ich sagen, hier überlege ich gerade noch, hat man noch was gestern gemacht? Ich meine, das waren jetzt so die beiden Hauptsachen, die wir umgetopft hatten, ne? Ich glaube ja, ja, ansonsten müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, ähm, genau. Die andere Monstera, die steht ja auch hier im Zeolit. Ja, es ist nur auch so, ähm, die Heizungen laufen noch nicht auf volle Pulle. Aber es ist schon so, dass die Heizungen auch an sind. Das heißt, die Luft wird trockener hier drin. Und das heißt, trockene Luft, ähm, die Substrate trocknen schneller aus, weil die Feuchtigkeit an die Luft abgegeben wird, ne? Das spricht dann von Luftfeuchtigkeitssättigung, könnte man sagen, ne? Beispielsweise, wir haben, sagen wir mal, 70% Luftfeuchtigkeit. Die Heizung springt an, die Heizungsluft trocknet die Luft aus, im Prinzip, ne? Und, äh, dementsprechend, äh, ja, holt die Luft sich die Feuchtigkeit hier aus dem Substrat da raus, ne? Also, die Feuchtigkeit geht in die Luft wieder über und dementsprechend werden dann natürlich die Substrate schneller trocken, ne? Das ist definitiv so. Das können wir auf jeden Fall so schon mal mitnehmen. Naja, der steht auch noch nicht so lange drin, aber auch hier sehen wir, die Oberfläche ist also richtig gut trocken. Das ist jetzt auch so das erste Mal, dass wir das aktiv in dem Sinne erleben dürfen, ne? Das habe ich auch so tatsächlich noch nicht erlebt. Das war bisher nie der Fall gewesen. Aber wir sehen eine kleine Veränderung, ne? Luftfeuchtigkeit sinkt und dementsprechend, ja, geben die Steine halt die Feuchtigkeit, die sie haben, an die Luft ab und, äh, trocknen dann aus, ne? So, obwohl hier unten also viel Wasser drinsteht, ne? Trotz alledem ist die Oberfläche trocken. Aber wie gesagt, der Pflanze selber macht das nix, denn die hat Wurzeln, die auch bis hier unten hingehen, ne? Und selbst wenn hier oben trocken ist, selbst bis zur Hälfte oder drei Viertel, das macht gar nichts, solange hier unten Wasser drin ist und die Wurzeln drankommen, ne? Ganz wichtig. Das sind so, ich sag's mal, Kleinigkeiten, die man einfach, ja, mitnehmen darf, ne? Die wir in Erfahrung bringen, sodass man das auch ein bisschen im Zusammenhang verstehen kann. Ja, Eddie ist echt hübsch. Also mega hübsch. Das Leben ist so, wie das ist. Gestern war ich so kaputt gewesen. Ich wollte eigentlich Wasser wechseln, gestern Anfang bei den Garnelen. Gestern Abend, mir hat alles gebrannt, ey. Der ganze Körper hat gebrannt. Und, ähm, dann hab ich gar nichts gemacht. Dann hab ich mich um 10 Uhr ins Bett gelegt, oder gegen 10 Uhr, was eigentlich nicht atypisch ist für mich. Also normalerweise, sag ich mal, ich bin ein Nachtmensch, also, ich sag mal so, nach Mitternacht irgendwann gehe ich ins Bett, ne? Wann genau, sag ich dir jetzt nicht. Nach Mitternacht. Aufpassen, Feuerzeuge, nicht zu lange anlassen, ne? Der Kopf hier wird heiß, aber richtig heiß. Das Ding, das kann dir sogar unter Umständen explodieren, wenn das zu lange anlässt. Ganz wichtig, ne? Also, das sollte man auch wissen. So, dann putzt man den Ruß mal ein bisschen ab hier. Und dann werden wir das Schätzchen gleich cutten. Ich lasse es ein bisschen abkühlen. Ja, ähm, jetzt hab ich was vergessen. Ich wollte was gesagt haben. Die Geschichte kennen wir auch schon vom Römisch, ähm, Zusammenhang. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Dünger. Dünger, genau. Wir verwenden ja den HPE-Dünger, ne? Den wir mittlerweile alle kennen. Ich sag's so, wie es ist. Es ist der beste Dünger, den ich jemals hatte. Wirklich. Es ist definitiv der beste Dünger. Da kann man drüber diskutieren, so viel man will, was da drin ist. Es funktioniert einwandfrei. Und vor allen Dingen mit einem sehr niedrigen Leitwert. Und das ist das Optimalste für die Pflanzen überhaupt. Insbesondere für die Wurzeln. Das ist ganz wichtig zu wissen. Umso höher der Leitwert ist, EC-Wert, wie man das auch nennen möchte, Mikro-Siemens sagen wir ja, ne? Mikro-Siemens-Wert. Nicht Mikro-Siemens, Mikro-Siemens-Wert. Und das ist eine ganz tolle Sache. Also das ist so genial, ne? Und wir sehen hier, was hatten wir? 240 Mikro-Siemens. Die Pflanze sieht einfach nur genial aus, ne? Nicht unterversorgte, in der ganze Art und Weise. Also richtig krass. Das ist natürlich kein Wert, sag ich mal, den wir als Anhaltspunkt nehmen. Das ist ein Faktwert jetzt gerade eben mal, ne? Aber trotz alledem, eine richtig coole Sache, muss ich sagen. Also den Wurzeln geht es dadurch wesentlich besser und dementsprechend auch den Pflanzen. Das ist so. Richtig klasse. So, und den Wasser kippe ich noch nicht zurück. Ich wollte ja erst den Cut machen. Genau. Und den machen wir jetzt. Den Cut. Den Cut der Thai-Constellation. Und nach wie vor eine der schönsten Monstere. Die Pflanze habe ich jetzt mal ein bisschen gedreht, damit wir das besser erkennen können hier. Ist schon krass, ne? In so einem Liter-Pot, also Liter-Maß, ne? Dass man da einfach Pflanzen drin kultivieren kann, über Monate, über Jahre, unter Umständen, Jahrzehnte tatsächlich. So, also wir sehen den letzten Cut hier. Das war hier gewesen. Also hatten wir sie schon mal vermehrt. Und der ganze Teil ist nachgewachsen, jetzt nach oben hin. Also schon crazy. Und das Ganze ohne Probleme. Da kommt auch schon wieder eine neue Wurzel. Wir wissen ja schon, ein Blatt kommt, eine Wurzel kommt, ne? Und dann gucke ich mal, wo wir das Schätzchen jetzt gleich wieder cutten. Wir müssen allerdings gucken, dass wir ein bisschen hier dran lassen. So ein, zwei Blätter wenigstens. Damit dort die Augen erhalten bleiben. Damit er da auch wieder austreiben kann. Ja, okay. Das machen wir jetzt. Schauen wir mal, ob wir das jetzt filmtechnisch hinbekommen. Hier ist übrigens noch was Schönes drin, ne? Schön, ne? Ist auch eine Monstera. Glaubst du nicht, ne? Die Steckis habe ich damals einfach hier mit reingeschmissen, weil es der Pflanze gut ging. Also der Thai-Constellation ist gut. Da dachte ich mir auch, komm, pack mal einfach mal Steckis rein hier, ne? Dann sollten die ja auch gut wachsen. Ja, sehen schon mal auf jeden Fall nicht verkehrt aus, ne? So. Aber die müssen just an die Seite. Ich muss eben gucken, weil ich gucke von oben. Ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Ein Blatt. Eins ist noch dahinter. Das kannst du jetzt nicht sehen. Haben wir zwei. Vielleicht lassen wir auch drei dran. Mal gucken, wie wir den Cut am besten hinkriegen. Ja, ich glaube, wir lassen drei dran. So. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Aber nicht unmöglich, ne? Das ist mal auch am besten. Gehen wir von hinten an die Geschichte dran. So. Das Messer passend drehen. Darf ich auch nicht zu tief gehen, weil hier ist das Blatt, Stammstück. Und da irgendwo am Stammstück, da entwickelt sich das Auge nicht, sondern da ist das Auge, ne? Die Knospe. Und die wollen wir nach Möglichkeit. Wenn es denn passiert ist, auch wurscht, weil da drunter sind ja auch noch welche. So. Dann versuche ich mal vorsichtig, das jetzt durchzutrennen. Das ist jetzt, wie gesagt, hier mit dem Plastikpott und allem drum und dran. Nicht so einfach. Sind wir überhaupt im Bilde? So einigermaßen. Ja, ne? Ja. Okay, also. Okay, ich sehe aber nichts so richtig. Ich muss nicht ganz ehrlich. So, ganz langsam schieben. Mal festhalten. Langsam ziehen. Ah, ist jetzt mit dem Pott nicht so einfach. Ist immer so. Vor der Kamera, ne? Ist es so. Nicht so einfach. Ist halt so. Aber egal. Weil man hat ja Angst, was falsch zu machen. Aber weißt du was? Wenn was falsch passiert, ist auch egal. Weil ich bin ja nur auch nicht unfehlbar. So. Ziehen wir das Messer. Jawohl, wunderbar. Gehen nochmal in den Schnitt rein. So. Und ziehen das Messer und drücken die Pflanze dabei ganz leicht zur anderen Seite. Genau. Ganz leicht aber nur. Subtaddy. So. Jetzt sehe ich hinten gar nichts. Ist da noch irgendwas, was wir durchschneiden könnten? Wollen? Nein, wollen wir nicht. Genau. Okay. Cut is ready. Siehst du wohl. Ha, das war jetzt aber auch uffregend. Das ist immer so, ne? So. Jetzt haben wir eine wunderschöne Pflanze schon eigentlich fast fertig. So. Die Schnittstelle lassen wir antrocknen. Die Wurzel lassen wir nicht antrocknen. Definitiv nicht. Da muss ich mir gerade überlegen, wie wir da vorgehen. Aber die Schnittstelle, die muss definitiv abtrocknen. gegebenenfalls kannst du auch Buchenholzkohle dran tupfen oder wie auch immer. Aber wir sind in der Thematik eigentlich komplett weg. Wir lassen einfach die Schnittstellen antrocknen. Okay. Also, dann gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Hier haben wir die Schnittstelle. Wie gesagt, die muss trocknen. Die Wurzel? Nein. Die sollte nicht trocknen. Also hier, das kann trocken bleiben. Der Bereich, ne? Der ist dunkel, ne? Das ist ausgereift. Hier sind die Saugwurzeln. Und die sind ganz wichtig für die Pflanze. So, dann machen wir das schon mal ein bisschen nass hier. Und dann wickeln wir das Ganze einfach hier ins Zeba ein. Das ist natürlich jetzt wieder seitenverkehrt für mich. Aber egal. Kriegen wir schon irgendwie hin, ne? So, einmal anheben, einmal drunter her. Genau. Wunderbar. Die Möglichkeit, die Wurzel nicht knicken. So, dalle. Dann machen wir sie nochmal nass, die Wurzel. So. Und dann, ähm, ja. Hier kann ich sie jetzt nicht liegen lassen. Mal gucken, wie ich das jetzt mache. Geht gleich weiter. Eben schon mal so ein bisschen was abtrocknen hier. Ja, es ist, ne? Aber das ist lackiert hier. Das ist lackiert. Und der ist schon uralt, der Hocker. Also wirklich uralt. Ja, da war ich noch ganz jung, als ich den gebaut habe. So, dann ist er auch mal sauber gemacht worden. Dann mache ich mal eben das Wasser mit von der Monstera, wo die drin stand. Weil, ähm, ich habe das Schätzchen jetzt einfach hier hingelegt. Auf den Untersetzer. ne, dass die Schnittstelle hier antrocknen kann. Aber hier, wie gesagt, das sollte auf jeden Fall nass bleiben, die Saugwurzel. Und da gieße ich das Wasser jetzt einfach hier rein, äh, was von der Pflanze selber kommt, ne? Dann ist das nochmal wesentlich besser, als wenn ich jetzt Osmosewasser nehme. Was auch geht. Aber ich sage es mal so, stressfreier ist es dann doch so besser. So, und wie gesagt, Schnittstelle muss antrocknen, definitiv, ne? Unter Umständen kann die auch bis morgen liegen bleiben. Ist nicht das große Problem. Okay. Okay. Kommen wir jetzt zu der Monstera Subpinata. Ich zeige sie so nochmal. Also sie hat wirklich wunderschöne Blätter. Richtig klasse. Ähm, aber sie muss irgendwo dran, damit sie hochwachsen kann. Äh, zu dem Thema, warum verwende ich keine Moosstäbe oder ähnliches. Ähm, ganz einfach, weil ich die nass halten müsste und das wäre nochmal zusätzlich viel Arbeit, ne? Viel Pflanzen, viel Arbeit. Äh, bei einer Pflanze zwei Pflanzen, alles okay. Aber wenn es dann zu viele werden, wenn du dann auch noch dafür sorgen musst, dass die Moosstämme, der Stämme, ähm, immer nass bleiben, ne? Ist auch nicht der Burner. Und von daher mache ich es nicht. Weil, wie gesagt, ist es auch so, wenn, wenn die Wurzeln reinwachsen in, äh, des Moos, die holen sich ja die Feuchtigkeit heraus und wenn es denn trocken ist, gehen diese Wurzeln wieder kaputt, ne? Du machst es wieder nass und, ähm, was passiert dann? Der Rest kannst du selber denken. Ist so, ne? So, also, sie hat jetzt, äh, ist dabei hier so eine Route auszubilden, ne? Den werden wir jetzt gleich zurückschneiden und dann kriegt sie jetzt einen Standort, wo sie dann an der Wand hochwachsen kann. Bei uns dürfen die Pflanzen wirklich auch an der Tapete sich empor klettern. Die dürfen sich da festhalten, spielt keine Rolle. Ist, äh, in dem Sinne die beste Alternative. Genau. Und, ähm, Quack mit Soße, komm. Fang, ach so, warte mal. Ne, ne, einzuhaltig, genau. Äh, ja, ich war gerade in der Pause. Deswegen kann man schon mal das eine oder andere vergessen. So, pH-Wert. Ohlala. 5,7. Mikro-Siemens-Wert ist 210. 5,7. Das ist natürlich viel zu wenig für eine Monstera. Also hier im Zeolit. Ganz wichtig, dass wir da gegen reagieren. Dann ist gegen, oder ganz minimalistisch nur an Kalk drin in diesem Zeolit. Das heißt, im Klartext, aber Silikat ist viel drin. Das ist schon mal gut. Da ging es ja herauszufinden, ob die Pflanzen das vertragen. Ganz viel Silikat in dem Sinne. Und ich muss sagen, bis dato funktioniert das richtig klasse. Abgesehen davon, dass er per Arbeit abschmiert. Aber das ist nicht das Problem. Arbeiten wir mit Leitungswasser und dann hat sich die Kiste, also bei uns zumindest, wir haben per Arbeit abgestanden von 8,5. Nicht vergessen. Also das ist okay. Ja gut, das heißt im Klartext für mich, ich werde hier gleich auch nochmal einen Schluck Leitungswasser dazugießen und dann bin ich da auf der sicheren Seite. Aber interessant, dass sie jetzt auch mit dem niedrigen pH-Wert zurechtkommen, sage ich mal. So unterschiedlich kann das sein. Andere Substrate und andere Gegebenheiten und dementsprechend sind die Pflanzen nun mal anders versorgt und abwarten. Wir sind dann noch im Test, nicht vergessen. So, dann schneiden wir den eben. Warte mal, das können wir auch mal einfach mal machen. Dann brauche ich nicht jetzt zu viel Tamtam machen, denn ich glaube, der Film wird doch etwas länger, so wie es aussieht. So, dann machen wir einfach mal einen schönen Kopfsteckling. Mal gucken. So, machen wir auch groß genug. Dann schneiden wir den einfach mal vorsichtig ab. Nicht zu dolle drücken mit dem Messer. Nicht, dass man sich da in den Finger schneidet. Okay. Dann haben wir jetzt unseren Kopf hier und auch den lassen wir antrocknen. Da brauchen wir jetzt kein Tamtam machen. Den hänge ich einfach irgendwo hin. Der kann bis morgen da auch hängen bleiben oder wie auch immer. Wo haben wir eine schöne Stelle? Da oben. Kannst du jetzt vielleicht nicht sehen, aber ich hänge den da einfach mal drüber und dann kann der einfach da erstmal hängen bleiben bis morgen oder so. Muss ja nicht so lange, bis er angetrocknet ist. Also muss wirklich trocken sein, die Schnittstelle. Und dann kannst du den ins Wasser stellen. Und weiter geht's mit der Suppinata. Also es ist wirklich eine wunderhübsche. Da oben hängt der Kopf jetzt erstmal. So, kurz gezeigt, die Wurzeln. Hier ist eine Luftwurzel beispielsweise, die dann auch mal abgetrocknet ist. Weil, wie gesagt, hier kommt sie nicht an die Feuchtigkeit ran. Hier ist jetzt eine Wurzel, die ist dummerweise in das Blatt reingewachsen, in die Blatthülle. Warum sie das macht, weiß ich nicht, aber ist ok. Manchmal machen die Pflanzen Sachen, die muss man nicht unbedingt verstehen, aber da hat sie dann eben, jetzt muss sie mit klarkommen. Da reißt sich jetzt nichts auseinander. Und wie gesagt, Oberfläche, im besten Fall zwischendurch einfach mit reinem Wasser einsprühen. In dem Fall könnte man auch mal mit Leitungswasser einsprühen, aber beim Sprühen bleibe ich tatsächlich bei, ja, reinem Wasser ist es einfacher. So, ok, dann bekommt sie jetzt, kriegen wir das in einem Rutsch hin. Ich versuche es mal eben. Ich habe letztens den Daumen gedonnert, alter Schwede. So, komm mal mit, Schätzchen. Dann kommt die nämlich jetzt hier hin. Da habe ich schon provisorisch was hingestellt. Das muss ich noch richtig festmachen, aber kriegen wir schon noch hin. Muss ich jetzt nicht zeigen, aber einfach mal zum Festmachen nicht vergessen. ganz wichtig. So, hier steht übrigens schon der Philodendron, den habe ich jetzt mit hier dran gestellt. Das ist der Ghost, genau, Florida Ghost. Ja, genau, die Beauty sieht anders aus, richtig so war das. Das ist der Florida Ghost. Dann schieben wir den Topf einfach mal hier dran, ohne irgendwelche Blätter zu knicken. Und dann mache ich den da dran fest hier und dann lassen wir den einfach da hoch wachsen. Vielleicht brauche ich den nicht mal festmachen. Ich habe ja den Philodendron Florida Beauty schon hier festgemacht. Dann kriege ich das jetzt hier mal hin. Ja, siehst du, dann haben wir den einfach da mal dazwischen gehangen und dann steht er von alleine schon. Und dann kann er jetzt von hier unten wieder anfangen nach oben zu wachsen. Dementsprechend wird er dann mal festgemacht. Ja, okay, da haben wir das auf jeden Fall schon mal ready. Die Monstera Obliga Peru. Nein, das ist nicht diese. Ich wollte es trotzdem mal gezeigt haben. Ist so schön, wenn im Dschungel einfach mal so ein pinkes Äuglein ist. Herrlich anzusehen. So, und zwar geht es um das Schätzchen hier. Steht nach wie vor im Wasser. Hier habe ich auch eigentlich nie nachgemessen oder ich weiß nicht mehr, wann ich mal nachgemessen habe. Ewigkeiten her. Der fing ja irgendwann mal an der Route auszubilden. Die wechseln mittlerweile auf dem Teppich. Da muss ich mal aufpassen, dass ich den nicht platt trete. Nicht so. Wo bist du denn? Komm, ziehen wir dich einfach mal. Da ist er. Joa, den nehmen wir uns jetzt mal mit und mal gucken, was wir damit machen. Die sind nämlich wunderschön. Ich zeige dir gleich mal eine, die bei uns im Arbeitsraum wächst. Schon heftig, ne? Die im Arbeitsraum wächst. Dann sehen wir nämlich mal, wann sie denn, ich sage es mal, keine Route ausbildet. Boah, wie lang ist die denn? Holla die Waldfee. Ja, kann es jetzt eh nicht sehen. Aber doch schon heftig lang. Also, ist schon crazy. Ich kann hier mal so zeigen. ne, Planti und da Ranki. Holla die Waldfee. Ranki, Ranki, Ranki. Jawohl. Heftig. Heftig, heftig. Ja, okay, da kann man natürlich viele Steckis von machen. Muss ich jetzt nicht, weil noch mehr, noch mehr braucht man ja auch nicht. Und wir sind halt hier, keine Zuchtverkaufsstation gibt es hier nicht. Ab und zu gebe ich mal eine Pflanze ab. Aber das war dann auch. Also, das mal kurz nochmal gesagt. So, wir sehen die Wurzeln aus. Ich würde sagen, geht. Ich check mal eben die Werte, weil das auch wichtig sein könnte, da mal was zu verändern. Wobei, wir werden heute sowieso etwas ändern mit dem ganzen System in dem Sinn. Und weiter geht es. Mal auf. Also, wir sehen die Werte aus. Wichtig zu wissen, wichtig mitzunehmen. PA 7,7. Ja, also, ich glaube, wir haben es jetzt bewiesen. Monsteras, die brauchen einfach ein PA-Wend bei 7. Das ist definitiv so. Nun gut, die lange Route, das ist halt so, wie das ist. Aber wir sind im Kreis gelegt. Die schneiden wir jetzt gleich ab. Mikro Siemens-Wert. Mal eben gucken. Ob wir das so hinkriegen, wäre ja mal ganz schön. Mal scharf stellen. 300. Ja, ist so, ne? Genau. 340. Okay. So, dann haben wir das auch mitgenommen. Dass wir das schon mal wissen. Wie gesagt, durch den HPE bekommen wir natürlich einen niedrigen Leitwert. Und das ist das Beste überhaupt. Das ist eigentlich das, was den Dünger so ausmacht, wird ich mal sagen. Ja, okay. Also, Klartext. Wir cutten ihn jetzt gleich. Kurz nebenbei die Papaya gezeigt. Ich hatte sie dann gestern mit der schwachen Düngerlösung gedüngt. Kennen wir schon die. Und ja, so sieht es aus. Kokoserde. Im Zuge zu Landerde. Bei uns lehmhaltiger Boden. Das im Haus. Sonst haben wir soweit alles, glaube ich. Ja. Okay. Dann kommen wir jetzt mal Justus zum Cut. Ich hoffe, man kann es so einigermaßen erkennen. Es ist schon eine schöne Pflanze. Es ist ganz klar. Wollen wir nicht drüber reden. So, dann gucken wir mal, wo die Rute, der ist dummerweise durchs Blatt gegangen. Eben gucken, wo wir den cutten. Aber den haben wir auch recht tief drin. Also, der macht dann von oben halt auch Wurzeln nach unten. Coole Sache, dass das soweit funktioniert. Hier ist eine Wurzel abgetrocknet. Da reißen wir nicht dran rum. Nein. Wir schneiden direkt über dem Blatt. Pass mal auf. Jetzt muss ich allerdings erst mal überlegen. Pass mal auf. Ich schneide ihn erst mal so zwei, drei Zentimeter da drüber einmal ab. so. Dann kann ich den nämlich aus dem Blatt rausziehen. Subtaddi, subtada. So. Ja, wieso ich gerade so gezögert habe, ich weiß gar nicht, wo die Euklein entspringen. Da gucken wir jetzt erst mal nach. Wir kennen das ja von den großen Monsteras schon. Die Euklein kommen ja nicht aus der Blattachsel, sondern oberhalb. Rund herum irgendwo ist dann so ein Knoten und da kommen die raus. Das kann man hier aber so nicht sehen. Mal gucken. Ich schaue mal bei der Route, wie das aussieht, ob wir das da erkennen können. Wäre ja ganz dolle. Okay. So, wir sehen hier Luftwurzeln und wir sehen ein Euklein. Jetzt kann ich dummerweise nicht zoomen, aber ich denke, man kann es erkennen. Das kommt dann wohl doch aus der Blattachsel, weil wir jetzt hier keine Blätter dran haben. Hier auch genau dasselbe. Kann man gut erkennen, denke ich mal. Hier gucken, wie es hier aussieht. Da sehen wir eine Luftwurzel und da das Euklein. Und da entspringt dann die Pflanze raus. Also hier kannst du sagen, so zwei, drei Zentimeter drunter abschneiden. Und dann ist es gut. Und im Prinzip kannst du es so schneiden, wie ich es jetzt halte. Und dann kannst du daraus eine neue Pflanze machen. Ja, okay. Die Route lasse ich aber auch erstmal in der Gegend rumhängen, würde ich sagen. Ja, ist schon ein Monsterteil. Holla die Waldfee. Wo ist die Spitze? Da ist die Spitze. Einmal kurz gucken, wie die ausschaut. Die wird jetzt so weiter wachsen, bis sie irgendwann an einem Felsen, einem Baum, eine Tapete, einen Schrank, whatever, 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 lol. Und da wächst sie dann im Po und mach richtige Blätter. Okay. Damit wir jetzt auch nochmal, ja, ich sag's mal so, wie es ist, das zweite Mal das jetzt machen, machen wir auch. Wir brauchen erstmal Marmorkies. Eine Handvoll, hab ich gewaschen. Kommt hier unten rein, um mal zu gucken, ob wir die Pflanzen damit besser, also nicht die Pflanzen, sondern die Monsteras besser zu Gange bringen. So, dann pflanzen wir das Schätzchen jetzt ein. Guck ich das mal raus, gucken wir eben die Wurzeln an, ob da großartig irgendwas putt ist, weil es kann ja auch mal passieren, dass mal was abstirbt, das ist ganz normal. Solange, ich sag's mal so, dass mal eins, zwei, drei passiert, das ist nicht so schlimm. Aber wenn da ganz viel putt ist, dann ist das schon nicht so gut, weil dann hast du lauter Sachen im Substrat hinter drin, die dann unter Umständen auch zu Fäulnis führen können. Und deswegen machen wir die Würzelchen ab hier, die halt ein bisschen braun sind. So, das war's. Ne, so sieht das aus. Mach's Bescheid. So, Platsch, Matsch, so, okay. Also, wir pflanzen ihn ein. Ich stelle ihn einfach mal rein. Jetzt muss ich mich dann doch ein bisschen hinstellen, weil sonst kann ich selber nichts sehen. Ne, das steht jetzt unten auf. Auch wenn du jetzt nichts sehen kannst, ist so. Wir pflanzen ihn jetzt so tief wie möglich ein, damit er mit seinen Wurzeln halt, ja, überall ins Geschehen kommt. Substrat verwenden wir jetzt, genau, Vulcaflor. Das als bewährte bei größeren Töpfen wie bei der Alokasia, bei der großen, bei der Sebrina, da nehmen wir dann, wie heißt das noch? Zeostrat, genau. Das Zeostrat ist im Prinzip genau dasselbe, nur eben grobkörniger. Ne, umso größer die Töpfe, umso grobkörniger sollte das Substrat sein. Oder man mischt es miteinander, das kann man auch machen. auch denkbar, dass man unten feinere Substrat reingibt, zum Wasser ziehen und oben dann für die Luftzirkulation im Topf gräubere Substrat nimmt. Es gibt so viele Möglichkeiten und eigentlich funktionieren sie so ziemlich alle. Wenn man die Pflanzen gut versorgt, ne, das ist halt so. Nicht nur das Substrat selber, sag ich mal, ist wichtig, sondern halt die Versorgung der Pflanze. So, dann spülen wir das Ganze einmal durch. In dem Falle habe ich Osmosewasser. Erstmal, um das so ein bisschen zu clean, zu reinigen hier. Allerdings aufgedüngt schon und zwar mit 1 Milliliter von dem HPE-Dünger, dem Hausplant-Elixier-Dünger, den wir übrigens bei Moodys Erde beziehen. Kannst du gerne in den Videobeschreibung gucken, da ist alles verlinkt soweit. Also 1 Milliliter auf 1 Liter. Und da sind wir jetzt auch nicht geizig mit dem Wasser. Bitte nicht sparen. Ruhig, richtig gut durchlaufen lassen, das Ganze. Ja, und da wollen wir mal gucken, wie die Geschichte sich denn weiterentwickelt. Das ist auf jeden Fall interessant, muss ich sagen. Ist schon klasse. So, ist ein gebrauchter Topf, hier ist ein Kalkrand dran, ist nicht schlimm, denn die Monstera kommen da ja mit klar. Von daher ist das nicht ganz so wichtig. So, jetzt kommt ein guter Schluck hier rein, damit er wieder versorgt ist. Ich gucke mal, eben sieht die andere Pflanze aus von gestern aus diesem Film. Ja, hier dürfen wir auch was reingießen. Der Untersetzer wird leicht trocken, kriegt er auch dieses Mal mit der Nährlösung was erstmal noch Osmosewasser. Und jetzt fragt sich wahrscheinlich, wie lange soll ich denn mit Osmosewasser gießen aufgedrungen? Tja, der Tee hängt davon ab, wann der pH-Wert absinkt. Das ist eben das, ja, Praxiserfahrung, dann müssen wir gucken. Auf jeden Fall haben wir es soweit erstmal mitgenommen, was wir gemacht haben mit der Pflanze und mit den anderen Pflanzen jetzt. Genau, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie nach oben wachsen kann und nicht wieder lange Rute zwei Meter durch die Gegend wächst. Ja, da muss ich mal gucken, wo ich sie dann hin positioniere und wie ich das mache oder pflanze ich die auch einfach, stelle ich die auch einfach mit dabei. Mal gucken, auf jeden Fall ist sie erstmal eingepflanzt. Wir schauen uns gleich die Monstera an, aber zunächst kurzes Update von unserem Philodendron Bilitei. Hier hatten wir in der Thematik ja feines Substrat mit dazu gemischt bei dem Zeolit. Kann man vielleicht erkennen, vielleicht auch nicht. Warte mal, vielleicht von hier ein bisschen besser. Auch nicht. Mal kippen, auch nicht. Nein. Es ist aber so, warte mal auf, ich gebe mal für den in, es ist zu dunkel, ich habe kein Gegenlicht hier. Oben ist ein bisschen trocken und der Rest ist feucht. Allein durch ein bisschen feines Substrat kann man das also schon ja, in dem Sinne etwas besser hinbekommen. Hier geht es gut, richtig klasse. So, aber darum geht es ja nichts, es geht da drum. Und zwar die Obliga Peru, die wächst hier an der Tapete hoch und ja, das neue Blatt ist dann das hier. Hat sich gut entfaltet, auch wenn die Lichtqualität gerade nicht die beste ist durch die Lampe, die hier gerade drüber hängt. Und da kommt schon wieder ein Blatt, was sich gerade entrollt. Also das ist wunderbar. Wenn die das nicht erstmal irgendwo festhalten, dann kriegen die auch ordentliche Blätter. Ja, das war das nochmal. Ob die das so mitnehmen können, wie das dann aussehen kann. Okay. Am Rande ein kleines Missgeschick, aber auch wieder was gelernt. Das ist der Philodendron. Genau. Ich meine, es wäre da Melanokrysum. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ist aber nicht ganz so wichtig. Auf jeden Fall steht er hier im Basaltsplitt. Und er stand einige Monate trocken. Und dementsprechend hat er sich so entwickelt, bis er anfing kaputt zu gehen. Hier oben sieht man das. Und dann habe ich ihn gesehen und dachte mir, okay, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Und ja, er ist wieder gewachsen. Er ist tatsächlich wieder rausgewachsen. Krass, ne? Also diese Philodendron, das sind echte Überlebenskünstler. Das ist der Hammer. Also den kann ich jetzt abschneiden. Hier, da ist also nichts mehr los. Das nur mal kurz nebenbei gezeigt. Es ist zwar keine Monstera, aber sie sieht so aus. Genau. Das ist, genau, Raffidophora tetrasperma variegata. Macht sich richtig prächtig, seitdem wir hier drauf achten. Anfangs hatten wir mal Schwierigkeiten irgendwann gehabt, aber mittlerweile läuft das richtig gut. So, wie sieht es aus? Monsterauspervet ist knapp über 7. Das ist okay. Steht jetzt auch schon einige Zeit drin. Mal gucken, wie der Mikrosiemenswert aussieht. Mal einschalten. So, bei 400. Ach, können wir so sehen. 420. Auch okay. Super. Der Pflanze geht es richtig gut. Kräftige Farbe. Ja, wir sehen, mit dem Dünger, mit dem HPE-Dünger, das ist echt gigantisch. Also so klasse. Wahnsinn. So, den dürfen wir auch bald einpflanzen, aber heute nicht mehr. Heute haben wir genug eingepflanzt. Aber dafür gucken wir uns mal was anderes. an, denn ich habe vor vielen Monaten ein Projekt gestartet. Ganz für mich alleine. So, und das werden wir heute sehen, wie das aussieht. Und zwar habe ich hier die Monstera Tenuis drin, mit Osmosewasser und Dolomitkalk damals. 2 Milliliter von dem HPE. Das ist aber auch schon lange her, dass wir so viel genommen haben. Machen wir ja heute nicht mehr. Ja, und damit habe ich das Ganze hier angegossen, sag ich mal. Und da gucken wir jetzt mal rein. Wurde nie aufgemacht. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, auf jeden Fall interessant. Wir müssen aber erst mal gucken. Das sind alles klitzekleine Steckis. Und, ja, da wollte ich einfach mal gucken, was sich und wie sich da was entwickelt. Und wir sehen, es hat sich etwas entwickelt. Richtig klasse. Und wie gesagt, das ist schon seit, seit Ende April da drin. Das ist schon heftig. Ja, gutes halbes Jahr. Und so haben sie sich entwickelt. Also, es gibt Sachen, die kann man machen und einfach stehen lassen. Klar, hätte man sie schon längst weiterentwickeln können. Aber das einfach mal kurz mitgenommen. Was man so für Möglichkeiten hat. Aber das machen wir sofort wieder zu. Da muss ich mal überlegen, was wir dann damit noch machen. Wie gesagt, Stand zu. Unter normalem Zimmerlicht in dem Sinne. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Das dann auch nochmal mitgenommen zu haben. Mal hier drüber steigen. Und dann zeige ich dir mal eben, wo jetzt die Obliga Peru steht. Die steht nämlich jetzt hier mit dabei. Ich habe sie jetzt hier einfach an die Wand gestellt. Und wenn sie hier rauswächst, dann gucke ich, dass sie hier da dran kommt an die Tapete. Und dann kann sie da hoch wachsen. So, hätte ich gerade auch gecheckt hier. Bei der Monstera. Ach, Monkey Leaf. Genau. Monstera Adansoni. Hat ja auch hübsche Blätter, wenn die große sind. Richtig klasse. Allerdings ist das so ein Routengewächs hier. Der ist, glaube ich, schon drei, vier Meter lang. Wächst hier und da und dort. Genau. Da hatte ich gecheckt. Das passt auch. Pia lag bei 7,4. Und Micro Siemens knapp bei 300. Also das funktioniert ganz klasse. Die wächst hier hoch. Rum. Ach, da unten hoch und tup und tup und tup. Ja, die wächst überall. Das Problem ist bei denen, die sind halt langstielig, sagen wir es mal so. Ja, die wachsen nicht so schön kompakt. Aber okay. Ist halt so, wie es ist. Darf so machen, wie sie möchte. Zumindest jetzt erst noch. Mal gucken, was die Zukunft dann bringt. So, ich glaube, dann haben wir für heute aber doch mehr als genug mitgenommen. Es gibt noch einiges zu tun. Auch im Bereich Monsteras. Da gibt es noch etliches. Aber wie gesagt, das wird mir dann doch jetzt langsam ein bisschen zu viel. Denn ein bisschen Ruhezeit brauche ich ja auch. Nicht nur die Pflanzen. Okay. An die Raffidophora gehen wir die Tage auch dran, definitiv. Die wächst so cool. Und ich glaube, da werden wir dann auch schon mal ein Steckling von schneiden. Übrigens auch das ist eine Pflanze von der lieben Hanni von Verplant Leipzig, aus Leipzig. Einfach mal gucken. Die hat auch eine Internetseite. Also die hat ganz tolle Pflanzen. Immer wieder auch verschiedenste. Und immer wieder neue Sachen. So, was wollte ich gesagt haben? Achso, die Route von, könnte man jetzt sagen, keine Ahnung, was das ist. Das ist halt eine Route. Von der Obliga Peru. Das ist der Hammer. Die hängt da jetzt auch erstmal rum. Die Sachen bleiben auch bis morgen hängen. Vielleicht sogar bis übermorgen. Genauso wie die Monstera Type Constellation. Das eilt gar nicht. Man muss, nein, nicht man muss, sondern man kann sich da echt die Ruhe antun. Definitiv. Auch interessant, wie gesagt, bei den Philodendron, was wir jetzt gerade nochmal gesehen haben, die sind so hammermäßig unempfindlich. Das ist krass. Also, wenn man da auch den PR-Bert im Blick hat in dem Sinne. Also auf jeden Fall unter 7. Bei 6 ist beste Variante bei den Philodendron. So, ja, wie gesagt, es gibt ein paar andere Sachen. Ich wollte auch noch einen Test gemacht haben, mit euch, aber ich finde es nicht wieder. Das heißt, dann werde ich heute Abend erstmal nach Ruhe suchen gehen, dass ich das wieder finde. Dass wir da auch einen kleinen Schritt weiterkommen. Was das genau ist, das verrate ich dir jetzt noch nicht. Vielleicht mache ich es auch alleine. Wäre ja auch mal interessant, etwas zu machen. So wie jetzt hier mit der Kiste, mit den Tenoise. Ja, wie gesagt, ich hatte sie, die war auch lang gewachsen, routenmäßig. Ich wusste noch, was machst du damit oder nicht. Oder ich hatte auch zu der Zeit nicht so, den Fable dafür, weil auch viel draußen zu tun war und so. Und dann dachte ich mir, ach komm, schneid sie klein, pack sie rein und guck mal, was passiert. Sie leben, existieren und jetzt können wir sie weiterbringen. Das hätte man auch schon vor ein paar Monaten machen können. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. So Boxen kann man also etliches über viele Monate einfach nur aufbewahren, ohne was dran zu machen. Nicht düngen, gar nichts. Einfach nur bewurzeln lassen, Klappe zu und in die Ecke schieben mit ein bisschen Licht und fertig. Und dann kannst du irgendwann das mal angehen. So ist das. Das haben wir auch schon öfter erlebt. Ja, okay, so, reicht für heute. Ich habe schon wieder so viele Sachen im Kopf, bevor ich noch lange, lange rumrede hier und noch was und noch was. Ich weiß Bescheid. Es geht sowieso ganz bald weiter und von daher. Aber heute Abend gehe ich erstmal in den aquaristischen Bereich, da werde ich ein neues Becken aufsetzen im Schnellstart, denn dort kommen dann die, ja, die Dragon, Blood Dragon kommen da rein. Okay.